hallo leute und willkommen zu einem neuen video auf dem kanal snailcraft wir sind hier in der minecraft version 1.16.2 release kandidat 1 und wie ihr vielleicht bemerkt habt ist der eisenprinz nicht dabei aber wir fangen einfach ein neues projekt an ohne den eisenprinz wir gehen in eine neue singleplayer world die nennen wir 1.16.2 projekt game world survival difficulty normal allow cheats off datapack game world more world apps in general searches on bonus chest off der eisenprinz möchte die unbedingt haben also create new world und weil der eisenprinz so gerne diese bonus chest haben wollte wir sind in episode 0 wie ihr vielleicht wisst weil der eisenprinz so gerne diese bonus tour haben möchte gehe ich gleich erst mal rein bevor der eisenprinz da ist und raubelt seine bonus truhe aus ok und wenn jetzt minecraft endlich wo bin ich denn hier gespawnt so dann sind wir hier und ich nehme alles mit so und das war alles für die nullte folge von unserem 1.16 projekt in der nächsten folge geht es weiter da ist dann auch der eisenprinz dabei vielen dank fürs zuschauen und tschüss